Heimito von Dodera Vier Kürzestgeschichten aus Wien Das Frühstück Heute morgens frühstückte ich im Bade, etwas zerstreut. Ich goß den Tee in das zum Zähneputzen bestimmte Gefäß und warf zwei Stück Zucker in die Badewanne, welche aber nicht genügten, ein so großes Quantum Wassers merklich zu versüßen. Unser Zeitalter Meine Hausmeisterin hat sich von ihrem Manne scheiden lassen, was insofern eine gewisse Erleichterung für mich bedeutet, als jenem die Kragennummer mit mir gemeinsam war. Seit jedoch ihr neuer Freund draufgekommen ist, dass man im Sommer die Hemden auch offen tragen könne, sind schon wieder zwei neue Seidene, die ich erst kürzlich in Gebrauch nahm, in der Waschanstalt verloren gegangen. Die Liebe Schon griff sie nach meinem Herzen, um ihre Nägel in seinem Blute zu röten, aber diese waren eigentlich schon rot, wovor mir im entscheidenden Augenblick derart grauste, dass ich den Korb, den sie mir vielleicht nicht gegeben hätte, mit einigen Komplimenten geschwind vor ihre Türe gesetzt habe. Ehrfurcht vor dem Alter Durch eine alte Dame mit kleinem Hund, welche infolge ihrer Umständlichkeit die Abfertigung am Postschalter verzögerte, zur äußersten Wut gebracht, schlug er, Da ihm denn die Ehrfurcht vor dem Alter hier jede direkte Ausschreitung verwirrte, mit einer schweren, zum Teil eisenbeschlagenen Keule, welche der Angeklagte damals für solche Zwecke stets bei sich zu führen pflegte, die Front des gegenüberliegenden Hauses ein, wodurch drei Wohnungen beschädigt und sechs Personen, wenn auch nicht erheblich, so doch derart verletzt wurden, dass sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten.